Oh, Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Ich bin bereit für den Fight meines Lebens. Aber Moritz, das wird doch gar nicht dein Fight deines Lebens. Ich weiß, euren Freunde. Deswegen werden wir jetzt erstmal in die Feuerschmiede gehen. So, mal gucken. Empfohlene Kraft 27. Achso, ist alles mit 27. Okay, okay, okay. Schwerer geht es wirklich nicht. Okay, man. Okay, heute ist die Feuerschmiede dran. Ich bin gespannt. Oh Gott, da sind wir schon wieder in Golem. Die hat uns ja im letzten Part ziemlich versucht, zumindest platt zu machen. Aber wir sind ja Überlebenskünstler, Leute. Überlebenskünstler. Ja, dann bin ich mal bereit hier. In der feurigen Schmiede lässt der Erzillager grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu und mache diese Schmiede dem Erdboden gleich. Oh. Oh Gott. Oh, ich dachte, da kommt noch einer. Puh, ich dachte, wir müssen zwei. Okay, wir gucken erst mal hier auf die Karte. Wisst ihr was? Hätte ja sein können. Wäre auf jeden Fall lustig. Wie viele Geheimnisse gibt es hier? Acht? What? Acht Stück? Oh mein Gott. Hier muss man aber dann richtig aufpassen, ey. Warte, da geht es weiter. Ich möchte erst mal hier noch gucken. Weil acht ist echt viel. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts. Okay, okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, ich liebe ja Schnee, Leute. Bam. So, schmeißen wir mal da runter. So. Bang, bang, bang. Wie? Als ob es hier nicht hoch geht. Oh Gott. Ja. Okay. Oder unten. Achso, da ist jemand. Ich war ein bisschen verwirrt von den Schnee-Effekten. Einfach nur A gedrückt halten. Dann zählt das schon automatisch. So, hier ist auch nichts. Okay. Ja, acht Geheimnisse ist sehr, sehr viel. Das heißt, man muss auf jeden Fall ziemlich gründlich erkunden. Sonst verpasst man hier schon direkt was. Hm? Acht. Das heißt da eigentlich im Klartext überall fast. So, hier haben wir ein paar Pfeile. Oh Gott. Da ist ein Creeper. Und bam. So, hier. Du bist auch weg. Alter. Ja. Ihr habt keine Chance gegen mich, Leute. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr? Oh. So. Ja, 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 ja. Ist in Ordnung, Leute. Ihr könnt ruhig hier gegen mich kämpfen. Aber ich sag euch eins, dass... Oh Gott. Hab ich getroffen? Ah, fast. Fast. So, weg mit euch. Und du auch weg. Oh Gott, da ist ein Magier. Ah. Ab in die Lava mit dir. Oh. Hier geht's schon rein. Das ist natürlich sehr interessant. Aha. Eine Kisshammel. Ein Hammer. Wir gehen hier trotzdem mal gucken. Weil ich weiß nicht, ob es das hier schon war. So. Da ist auf jeden Fall nichts. Wir gehen mal hier unten gucken. Oh. Okay. Das klappt vielleicht nicht. Okay. Dann ist hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Ah. Reisen. Okay. Jetzt sind wir in der Mine drin. In der Schmiede. Schmiede. Mine. Alles das Gleiche. Okay. Der ist zum Glück down. Es heißt dann schon mal ein Problem weniger. Ein Problem weniger. Aha. Hier kann man. Also oben dann wahrscheinlich kann man laufen. Okay. Sind die Gegner? Alter, bin ich schon? Nee. Ist richtig. Aber ich müsste mal hier meine Raketenpfeile halten. Okay. Alter, ich krieg die irgendwie. Nee, ne. Nee. Krieg ich leider nicht. Zusammen. Oh. Da haben wir ein neues Schwert. Ah, nee. Ist nicht neu. Haben wir schon. So. Oh, ich liebe diese Glewe. Die ist so cool. Die macht so viel One-Hit. Oh. Drei Schläge hat er ausgehalten. Okay. Oh Gott. Äh. Bam. So. Bitteschön. Batsch. Oh Gott. Aua. Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Schieß mal hier weiter. Bam. Oh Gott, wo bin ich? Hä? What the fuck Ich bin außerhalb der Map, Leute Ich glaube, das ist ein Bug, oder? Ich bin aus der Map Ich werde sie nicht runterlaufen Warte Ich bin eiskalt aus der Map Aus der Map gebackt, Leute Ich habe einen Bug entdeckt Juhu Entdecker Loy Entdecker da die ganze Zeit Das finde ich Oh, ich habe Leben verloren Oh Das wusste ich nicht Okay, okay, okay Die haben daran gedacht Okay, super Ah, guck mal Ich habe sogar einen Erfolg bekommen Sehr cool Ich habe nicht bemerkt, dass ich Leben verliere Sonst wäre ich auch wieder reingegangen Aber schon ganz lustig Muss ich schon sagen Ja Hier haben wir Lava Okay Äh, dann würde ich sagen Wir gucken erstmal hier das Gebiet hier einmal an Falls hier irgendwo eine Kiste ist Möchte ich die natürlich haben Wer möchte sie nicht haben, ne Weiß ich auch nicht Das weiß ich auch nicht Ah, hier scheint aber tatsächlich gar nicht zu sein War schon wieder traurig fast Hier geht es hoch Okay Ja, wir schmieden Mhm Passiert eigentlich was, wenn ich da drauf springe Hallo Ne, okay Hätte ja sein können Hätte sein können Oh, ist aber groß hier, ne Ist so groß hier Und hier ist gar nichts Loi Hier ist gar nichts Was ist das denn hier Hier oben auch nicht Da haben wir noch eine Vase Wir springen mal hier rüber Das scheint aber auch nicht zu sein Außer Bisschen Buggy Buggy Alles Aber okay Gut, dann gehen wir hier mal weiter So Weg mit dir Weg mit euch Super Äh Wir gehen erstmal da her Hier ist nämlich eine Sackgasse Hoppa Weg mit euch So, Schatz Wo bist du? Wo ist mein Schatz? Hier ist er nicht Hier auch nicht Okay Das ist jetzt sehr traurig hier Aber die Kristalle, die sind echt schön Geht ihr auch echt gerne im originalen Minecraft Aber dann kann ich alles haben, Leute Äh Hier könnte man Die Lava plumpsen Da ist aber nichts Okay Dann gehen wir hier auch mal weiter Hab hier meine Raketenpfeile ausgerüstet Komm Und weg mit euch Hier Quatsch Oh Oh Gott Oh ne Ich wollte hier noch nicht rein, Leute Tut mir leid Achso Hier ist auch nichts Okay Dann ist es in Ordnung Ach Alter So Ich kann ja mal hier Explosionen machen Auch ganz cool Ich gehe hier einfach nur durchmarschieren Und einfach alles klatsche So Jetzt müssen wir hier aber nochmal nachgucken Jetzt aber wahrscheinlich echt nichts, ne Schade Okay Dann geht es Weiter Oh Gott Oh Gott Da haben wir nochmal so einen Magier irgendwo Stehen So Kann man hier Raketenpfeile mal reinschmeißen Gut, 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 gut Ui Noch einen Haha Oh Gott, da ist Edgar Edgar, gib her Danke Den Kraftbogen So So Dann schmeißen wir einfach da mal rein Random Super Haben sogar etwas getroffen Ich fass es nicht Oh Da ist ein Magier Oh Gott Den habe ich komplett Verkackt Aber macht nichts Macht nichts Ja So Hier Geheimnis Hallo Ist auch kein Geheimnis Was ist das hier Es müssen auch sieben Geheimnisse Oder Ja, sieben, ne Ich meine sieben Oh, da ist auch noch ein Magier Können wir eben wegmachen Ich muss nur sieben Geheimnisse finden Ah, hier Hier wird eins sein So Hier wird doch wohl eins sein So Nehmen wir den hier noch Bam, bam Weg mit euch Da ist ja auch keins Doch Achso, ne Ich muss da hinten hin, oder was Oh Warte Dann muss ich erstmal noch nach unten gehen Bevor ich nach da Gehe Upp Irgendwas gemacht Ich nehme mal L hier Sicherheitshaber Ist auch nichts Also kommt schon Leute, ja Also Ein bisschen Ein bisschen kann auch hier sein Okay So, weg mit dir So Als ob hier kein Geheimnis ist Das ist doch nicht dein Ernst Hallo Spiel Ich habe hier alles abgesucht Ich halte das hier alles für eine Lüge, Leute Alles für eine Lüge Jetzt nicht im Geheimnis Ich bin bestimmt schon über 10.000 10.000 habe ich bestimmt schon übersehen hier Das kann es ja nicht sein So steht da jetzt schon wieder ein Decker Ich habe Angst So Weg mit euch Und Bam Oh Gott Ich muss mal hier durch Ich muss den Magier erwischen Danke Oh Gott Äh Ja Tod Kacke Kacke Wo ist der Magier? Ich sehe ihn nicht Oh Gott Äh Rüber Oh Gott Ich bin tot, ne Oh Gott Ich lebe noch So Jetzt aber hier Danke Puh So Machen wir mal eben so Aber Also ich weiß nicht wo der Magier da hinten ist Das ist ein Problem gerade Für mich Und viele Pfeile haben wir auch nicht mehr So Einen haben wir aber Muss mal kurz warten auf Energie Obwohl ich habe auch noch hier die hier So Können wir mal kurz Schaden machen Der eine kommt mir schon zu nah Wie viel hat er? Weiß ich nicht Weiß ich nicht So L Bam 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 Okay den haben wir auch Aua Boah Die machen ganz schön guten Schaden Wirklich So Rakete hält mir auch bereit So Bam Oh Haben glaube ich noch einen besiegt Ist jetzt ein bisschen blöd Leute Ja Oh Ne Hiermit regeneriere ich nicht Schade Da sind noch Zwei Zwei sind da noch Okay Ich meine ich könnte auch reinrollen Mal schauen Und Äh Äh Super Gut Und vielleicht Kriege ich den da Gut den habe ich Den habe ich auch Sehr gut Sehr sehr gut Wo ist der scheiß Magier Hier Ich sehe ihn nicht Da geht es auf jeden Fall entlang Wir gehen erstmal nach da hinten Ja Ich ist auch keine Also ich halte Die ganze Map hier jetzt gerade Für einen Witz Tatsächlich Für einen Witz So Geheimnis Wer Wer Hier ist auch keins Wo soll ich die denn alle finden Ach danke Ach aber nur eine kleine Truhe Wow Ich sehe jetzt zumindest was Ne da ist auch nichts Wow Zwei Geheimnisse haben wir schon mal gefunden Von acht Ich kann nicht mehr Von Oh ne Woher kommt der denn jetzt Oh da Magier So Überlaste die Was Keine Ahnung was ich da Überlasten Überlasten soll So Pfeile kann ich gebrauchen Ach Ach das ist das Okay Dann haben wir nochmal so ein Magier hier Oh Gentile Cool Überlaste Was Kerne Kerne überlasten Okay Mal schauen Hier ist nichts Oh Da ist wieder ein Golem Bam Ich hab nur ein Problem Ich muss Ich hab nicht mehr so viele Pfeile Leute Oh oh Ich hab nicht ganz so viele Pfeile Ach guck mal Ich kann auch von hier treffen Super Ich meine meine Pfeile Die gehen jetzt hier weg Aber es ist in Ordnung Es ist in Ordnung So weg mit dir Schatten Was Ich hab irgendwas mit Schatten aufgenommen Hast du wahrscheinlich einen Trank Wahrscheinlich einen Trank So weg mit dir Hier kann ich rein Hier kann ich reingehen Ist das denn überhaupt Ziel Ne ist es nicht Können wir da eigentlich Oh Gott Weg mit dir Weg mit dir Oh Alter Weg mit dir Danke Wo ist das hier? Ah ist nur ein Raum Okay Dann lass mal gucken Scheint eine Art Arena zu sein Ich muss ein bisschen vorsichtig sein Ich hab nur noch ein Leben Und Ah jetzt Bam Weg mit dir Frag mich ob es die Hexen gibt Oh Gott Einmal Rückzug hier So ey Sind wieder vollgeheilt So Bam Bam Super Und weg mit dir Und die Tue Oh ja Oh ist aber auch schlechter Jetzt mal eine Waffe Okay Toll Geh mal hier raus Äh Kann man sich gucken Da oben Warten wir noch nicht Da hinten war noch ein Ort Oder was Hier ist aber auch Nichts Ist da noch ein Dungeon? Ja Da unten Ähm Wie viel F2 hab ich Sie könnte Brand auf Die nächste Stufe machen So Versuchen wir mal Dahin zu kommen Wo war der Dungeon? Achso Da unten Ich seh ihn schon Ich seh ihn schon Aber erstmal besiegen wir glaub ich die Gegner hier So Äh Da haben wir ein Magier Das ist ein Das könnte ein Problem werden Da kann ich mich da durch Stibitzen Ja Kann ich Super Sehr gut Sehr gut Sehr gut Super Dann gehen wir da mal In den Dungeon rein Hier unten Ne Oder gehen wir erstmal Hier hinten Kurz entlang Und gucken Ob hier noch was ist Hier scheint aber Nichts zu sein Okay Dann gehen wir mal Hier unten rein Ist das auch wieder So eine Arena Scheint so ne Ja Okay Dann kommt mal her Hier Oh was ist das denn jetzt Doch Ist auch wieder ein Arena Stimmt Ja ja Ihr seid mir Eigentlich schon Fast schon gefährlicher Als Der Rest Warn Komm weg Und weg mit dir Super Sehr schön Ach Eine seltene Rüstung Die hab ich glaube ich An Ne Ich hab eine Wolfsrüstung An 217 Gesundheit 210 Schadensverlängerung 20% stark Für Waffen Ach Ja Weiß ich nicht Ne Ich glaube erstmal nicht Erstmal nicht Oh Ist hier noch eine Versteckte Truhe Ne Okay Gut 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 Dann gehen wir mal weiter Dieses Geräusch Wenn man das hier verlässt Ne Das ist ja Seltsam Hier war es Ne Oh da haben wir noch ein Skelett Können wir suchen Magier Okay Oh Gott Aua Was ist denn der Magier Der meint mich da verzaubern zu müssen Ich hab ihn nicht gesehen Ich hab ihn nicht gesehen Hier scheint aber auf jeden Fall nicht zu sein Hier auch nicht Dann können wir nämlich weiter gehen Hä Wo ist er denn Oh Er macht schon drei Säulen Das heißt da ist irgendwo ein Magier Links jetzt Äh Ja so Ne Er macht einfach von alleine Ohne Verstärkung Wusste ich gar nicht Dass sie das können Dass sie so stark sein können Wie Super Konnte ich drüber springen Äh Ach von da bin ich gekommen Ne Ich glaub schon So Hier bitteschön Dann Äh Achso Ach hier war der Dungeon Oder Ne Hier ist ein neuer Achso Hier ist ein neuer Äh Hallo Geh an Oh Auf jeden Fall schon mal stärker Achstyp Achstyp ist immer gefährlich So Nehmen wir mal den Stärketrank hier Und euch mach ich auch noch weg Super Wie Nehmt mir einer Ach da Okay Ein besserer Hammer Aber mit Hammer Weiß ich nicht Ist nicht so meins Ist nicht so meins Würde ich sagen So Alter Oder ist das der Eingang Achso Von hier kommen wir Ich glaub schon Hä Hier sitzen ja jetzt so viel So viele Wege noch Hier haben wir auch noch So ein Ding Batsch Hier auch In dem Dungeon da waren wir grad Ne Ja Ja Waren wir Oh Hier kommen wieder welche Auch mal hier So Ist auch noch was Kriegt der da hinten Schaden Ich glaub schon Ja Oder Ne Scheine ich der Fall gewesen zu sein Kommt mal hoch oder Ne wollt ihr nicht hochkommen Okay Wow Das war ein Sprung Ey Oh Das hab ich aus Versehen geheilt Das wollte ich gar nicht Naja Oh da Da ist wieder eine Hexe Die haben wir aber Die haben wir aber So Ich muss aber jetzt erstmal hier Da noch hingehen Wie kommen denn jetzt hier wieder Dinger Weiß ich nicht So Äh Wir gucken mal eben hier auf der Karte Ob wir alles haben Ah Okay Okay Hier oben müssen wir eh gleich her Heißt wir gehen erstmal unten her Bam 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 Weg damit Weg mit euch Hier ist die Polizei Polizei Ah Ja okay Meine Sind ja hier alles Verbrecher Oder So hier bitteschön Tschüss Skelett Aber Du kriegst natürlich eh kein Oh doch Du kriegst Ah Hallo Leute Ich schlage euch mal hier durch die Wand durch Ne Okay Vielleicht nicht Vielleicht doch nicht Gut Das hätten wir schon mal Wie viele Geheimnisse fehlen uns noch Noch drei Noch Oh Gott da rechts Da liegt noch was Sehe ich gerade auf der Karte Naja Habe ich wohl nicht Gesehen Leider Leider Okay Hier ist auch noch ein kleiner Dungeon Am Feuer Ja Ja Okay Oh Gott Ich muss mal eben hier Kurz weg Meine einzelnen kann ich die locker besiegen Und so geht es eigentlich auch noch Ey Brauche ich noch nicht Richtig Oh Da war er daneben leider So Da hinten da Okay Das Skelett brauche ich wohl nicht Ein Kraftbogen Okay Cool Mit dem Schnapp und trotzdem mal eben dich Und dich So Dann Auch noch dich hier Einen schönen Trank Dann heile ich mich mal eben Dann geht es hier lang Yeah Oh Edgar Hallo Edgar Was hast du für mich Oh Noch eine bessere Soldnerrüstung 37 Okay Leute Die muss ich jetzt aber nehmen Tut mir leid Die verzaubern wir auch Geschwindigkeitssynergie Oder rasend Dann nehme ich dich mal Haben wir auf jeden Fall noch irgendwas Okay dann Hier bitteschön Maximaler Schaden haben wir jetzt schon mal da drauf Ist ganz cool Hier ist auf jeden Fall nichts Das ist so cool Leute Richtig cool hier einfach nur so durchzuspenden Und Kurz L Ja Ich kriege hier so viele Seelen Oh da ist noch ein Maria So ein guter Ist ich mal hier auch noch weg Hier Euch auch Gleich mal gucken hier Oh Gott Da hinten ist nur einer So Weg mit dir Bitte Danke Ach Gott Alles Essen hier Hab ich was übersehen hier? Nein Gut 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 Hier haben wir aber noch einen Oh Hammer Dankeschön Ich hab uns versehen einmal Pfeile geschmissen Wollte ich natürlich nicht So Oh da verfolgt uns noch jemand Da verfolgen uns noch viele hier Warte Oh Gott Weg mit dir Danke Ah 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 Super Oh Gott da ist mein Magier Da ist noch ein Magier Oh Gott So jetzt aber So weg Puh Junge Junge Das war wieder Das war wieder hier ein Hinterhalt Auf jeden Fall So hier haben wir noch einen Da oben auch Ich weiß auch gar nicht wo ich hinlaufen soll Leute Achso da geh ich wieder zurück Und hinten geht's noch weiter Okay dann gehen wir da erstmal hin Dann gehen wir hier erstmal hin So Magier erstmal weg Du machst mir sonst genug Oh Gott ich hab einen Tank genommen Das könnte vielleicht nochmal eine Auswirkung haben hier Aber momentan noch nicht Oh Gott das Magier Müssen schnell sein Super Weg Oh Gott da ist noch einer So Hier ist aber nichts Okay Hier ist nichts Dann gehen wir mal weiter Weiter Immer weiter Das würde unser Jotter sagen Aber wer ist Jotter bitte ne So weg Weg mit dem Trick Hier ist Nichts Zu unnötigen Wege hier ey Ist ja schlimm Ein Apfel Hier hinten ist Warte ist da hinten was Ne Da geht's nur wieder zurück Okay Oh Gott warte Das war eben Der Magier hier Super Magier weg Oh ne Er lebt noch Er lebt da einfach noch So Oh Gott Wieder so ein Typ hier Bam Den kann man halt am besten Wenn man So macht Hier Aber bitte Hallo Ich warte auf meine Raketis Jetzt Bam Okay 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 Ich habe ihn einmal vollgehalten Okay Das war's mit ihm Sehr gut Stell dir mal vor Dieser Ghulim da Der war noch verzaubert Das wäre ja was hier Hier haben wir keinen Magier Das ist sehr gut Für die Magier Ne Die Die sind heftig Sind auf jeden Fall heftig Oh hier sieht es aus Wie ein großer Dungeon Ah doch nicht Doch nicht Und auch kein Geheimnis Wie es aussieht Äh Da sind Vorräte Hier könnte ich in den Tod springen Wenn ich möchte Oben ist ein Sack Krass Dann gehen wir glaube ich Erst mal oben her So So Ach So Wurde eigentlich die Raketen zünden Aber Die habe ich gar nicht gebraucht Und ist hier was Natürlich nicht Äh Morgen ist auch Die Playstation Konferenz Da freue ich mich drauf Da wird dann die Neue Playstation 5 vorgestellt Und ich glaube auch Spiele Ich hoffe zumindest Spiele Gab ja eine League Mit 25 Spielen Die dann dort gezeigt werden Bin ich gespannt Ich hoffe insgeheim Immer noch auf Harry Potter Ja Dass das nicht durchgesichert Durchgesichert ist Bei denen Äh Und dass das auf jeden Fall Auch noch gezeigt wird Eigentlich wollte ja Warner Boss Während der E3 Selbst eine Konferenz machen Oder das Spiel ankündigen Aber E3 ist ja abgesagt Ne Und ich hoffe Vielleicht haben sie sich ja Zusammengeschlossen Wer weiß Wer weiß Wer weiß Okay Äh Okay Wo ist er? Da ist er Hier mach mal bitte was Boah Alter Das macht Das macht guten Schaden Tatsächlich Bitteschön Oh Gott Hallo Kannst du mich mal hier Aufhören bitte Danke Kommst du mal hier hin Kleiner Danke Super 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 Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich bin in Lava Oh nein Sag mir nicht Das ist jetzt mein Tod Sehr gut Oh ich bin schon wieder in Lava Ich fass es nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Schnell down Oh gut Tank Tank ist sehr gut Dann war es das nämlich jetzt mit ihm Super Wir haben Wir haben eine Säbelklinge bekommen Cool Sehr gut Säbelklinge Oh Uh Uh Die schauen wir uns gleich mal an Äh Da ist noch einer Da ist noch einer Ist hier der Ausgang Äh Alter Der Raum ist ja noch größer Wartet kurz Dann Musst ich doch mal eben den Bogen hier aus Der macht so richtig Ach das ist so ein Bogen Hm Stark aufgelandet Fernkampfangriffe Halt Verbündete in der Nähe Hm 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 Weil der jetzt hier verzaubert ist Lassen wir den erstmal Okay Oh Gott Ich hab Angst hier runter zu gehen Gut Okay Also noch geht's Hab ein bisschen Also ich hatte Respekt vor diesem Raum Weil der so groß ist Und ich dachte das wäre nochmal so eine Arena hier Aber es geht gerade noch Es geht gerade noch ganz gut Ah Da oben sind noch welche Ah Weg mit euch Gut Eindruckt Keine Zauberer hier oben Hier haben wir noch eine Vase Die nehm ich natürlich gerne an mich Haben wir da unten auf jeden Fall noch einen So Hui Gut Das war also auch der Raum glaub ich Ah hab ich was Ah die hintere Ecke hab ich nicht gescannt Dann machen wir das mal eben Dann machen wir das mal eben Hier hinten Hier ist aber auch nichts Ne Da ist auch nichts Gehen wir mal hier durch die Mitte durch Ach die Mitte ist hier So Treppe hoch Da ist der Ausgang Oh ich sehe ihn schon Also ich sehe ihn auf der Karte Cool Das war jetzt hier ein Pfeil nochmal am Ende Sehr schön Sehr sehr schön Auch ein sehr sehr schönes Level auf jeden Fall Den Boden Den Bogen den testen wir gleich auch mal eben aus Weil er sieht echt Der ist echt cool glaub ich Mal schauen So Flammkirche okay Level 26 sind wir bereits Auch ganz cool Dann zeigt mal hier her den Bogen Warte Wie viel Schaden macht ihr denn hier 194 Und so macht er 97 Schaden Okay Wieviel macht der nochmal 74 Und 74 Okay der macht nur 74 Dann ist der auf jeden Fall besser Selbst wenn ich schneller mache Okay dann Kommt der leider weg hier Kommt leider weg Es tut mir leid Du warst echt cool Ja du warst ein cooler Bogen Ja Bitte Verzeih mir Nach einem Schuss Gibst du noch einen zweiten Schuss Auf deinen Gegner in der Nähe ab Der geringe Schaden verursacht Okay Wahrscheinlichkeit wären Fünf Pfeile auf Das ist super Das finde ich ja immer noch cool Dass das so wächst Wir gucken aber hier Neue Kettenreaktion Entzaubert Gibt noch mehr Schaden Okay Oh Äh was will ich denn Will ich hier Mehrfachschuss Oder Wachsen Ich bin ja eigentlich eher so für Wachsen Weil ich das ganz cool finde Und Bei verzauberten Gegner mehr Schaden Oder das hier Kettenreaktion Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wir haben beim Aufprall Fünf Pfeile in alle Richtungen Verschossen Das ist eigentlich auch ganz cool Ach zu teuer Oh Hier kostet auch mehr Tatsächlich Das ist ja ein mächtiger Und Stellkraft ist auch mächtig Okay Merken wir uns auf jeden Fall Wenn wir dann Noch einen Punkt kriegen Den kann ich mir auch noch offline Erfahren würde ich sagen Oder Und dann geht es im nächsten Part Dann weiter mit Äh Hochblockhallen Da freue ich mich auch drauf Na Dann würde ich sagen Wir kaufen Was kaufen wir denn Artefakt Oder Waffe Ich bin für Artefakt 35 Oh Super Und noch ein Totem 35 Achso 35 Okay Totem Der Abschirmung Wir beschützen alle in seinem Umkreis Okay Sehr cool Den brauche ich nicht Den auch nicht Den haben wir zweimal hier Dann der weg Versteckte Ketten Ist okay Und die haben wir an Boah Ganz viele langen Bögen hier Den haben wir auch zweimal Das auch Du auch Du 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 Okay Cool Leute Dann würde ich sagen Wir sehen uns Morgen wieder Bis dann Euer Kamito Haut Rai Rai Rai